Zit, klatscht, Hase, kregen, Männchen, Mensch, check, einfach, bellen, model, club. Hi meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir euch zeigen, wie wir Tinkerbell den Trick, Bellen auf Kommando, beigebracht haben. Also immer wieder, wenn ich in Insta den Trick zeige oder hier auf YouTube, fragt ihr mich, Jackie, wie habt ihr das gemacht und hast du da Tipps? Unser Hund macht es nicht oder wir kriegen ihn nicht dazu. Ja und heute werden wir euch zeigen, wie wir das bei Tinky gemacht haben. Los geht's! Der Trick ist ein bisschen schwieriger, muss ich zugeben. Das hat auch lange gedauert, bis Tinkerbell verstanden hat, was wir von ihr wollen. Bellen. Ja fein. Wir haben das folgendermaßen gemacht. Arthur hat sich mit ihr auf den Boden gesetzt. Natürlich mit einem Leckerli, ganz klar. Nehmt da am besten die Lieblingsleckerli von eurem Hund und versucht die ein bisschen kleiner zu machen, denn ihr braucht da wirklich sehr, sehr viele. Das hat schon wirklich lange gedauert und da haben wir einige Leckerlis gebraucht. Am besten ist es eigentlich, dass ihr euren Hund so ein bisschen ärgert mit den Leckerli. Das heißt, vor die Schnauze halten, ein bisschen provozieren, riechen lassen, wegnehmen, vielleicht auch mal dran lecken lassen und dabei immer wieder bellen. Einfach so, Tinkerbell? Bellen. 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 Tinky wird irgendwie sauer, wenn man das Leckerli so dreht und dann fängt sie an, Geräusche zu machen. Seht ihr, wir provozieren sie jetzt und sie fängt jetzt an, so Geräusche zu machen. Und dann immer wieder bellen. Bellen. Also, das war jetzt auf jeden Fall ein Bellen, noch nicht laut genug. Also, wir möchten wirklich ein lautes Bellen, ein klares Bellen haben, aber ihr müsst halt langsam anfangen. Genau, ihr müsst langsam anfangen, quasi schon ein kleines Bellen belohnen. Merkt ihr, wie böse sie wird? Ja, genau. Sie wird immer böser und fängt dann irgendwann an zu bellen. Und ich muss sagen, Tinkerbell ist absolut kein Hund, der jetzt hier zu Hause einfach mal so bellt oder wegen einem Spielzeug bellt oder so. Absolut gar nicht. Wir mussten sie wirklich dazu zwingen, zu bellen. Am Anfang habe ich probiert, sie mit dem Spielzeug zu provozieren. Das hat aber irgendwie gar nicht geklappt. Wie zum Beispiel das Spielzeug wegnehmen, zuhalten. Aber irgendwie klappt der Trick hier am besten bei ihr. So hat es eben bei uns am besten funktioniert, so wie Arthur euch das eben erklärt hat. Spielzeug zum Beispiel hat gar nicht funktioniert, sondern nur Leckerli. Und wir zeigen euch auch nur, wie wir das gemacht haben. Das heißt nicht, dass das jetzt richtig ist oder dass jeder das so beibringen muss. Wir möchten euch natürlich nur den Tipp geben und versuchen euch bestmöglich zu erklären, wie wir das mit Tinky gelernt haben. Ne, Maus? Tinky wird aber wirklich böse, wenn man das Leckerli so dreht. Das macht sie irgendwie richtig sauer, ne? Ich lasse sie auch das Leckerli probieren, aber ich gebe sie einfach nicht. Der Hund weiß natürlich nicht, was willst du von mir? Ich verstehe das nicht ganz. Und Tinky ist auch manchmal desinteressiert, dann schaut sie weg und macht so, als würde sie das nicht interessieren. Genau, das hat sie auch sauer gemacht, wenn ich sie nicht beachtet habe, sondern einfach nur weggeguckt habe. Genau, einfach mal weggucken und trotzdem mit dem Leckerli so vor dem Hund rumspielen. Und dann fangen die Hunde meistens schon an zu knurren oder so ein bisschen zu bellen oder so. Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Arthur schaut sie gerade nicht an, ihr seht's ja. Und das macht sie sauer. Macht bellen. 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 Auf jeden Fall den Hund loben. Bellen. Ja, manchmal macht sie dann auch so Sachen oder fühlt irgendeinen anderen Trick vor, wie jetzt zum Beispiel Hase. Jetzt macht sie einfach Hase, weil sie denkt, sie kriegt dann das Leckerli, genau. Aber einfach wirklich hart bleiben. Irgendwann bellt der Hund. Ja, man braucht sehr viel Geduld am Anfang. Bei Tinky hat es wirklich lange gedauert. Ich glaube, du musstest eine halbe Stunde, Stunde oder so sie ärgern, gell? Ja. Es hat echt lange gedauert. Vor allem am Anfang kann man sie auch schon belohnen, wenn sie anfängt, dich anzuknurren oder so. Ja, fein. Und das müsst ihr natürlich üben. Am besten jeden Tag so ein bisschen. Und wie gesagt, am Anfang belohnen, wenn der Hund generell ein Laut von sich gibt, aber irgendwann dann so lange provozieren, bis er wirklich anfängt zu bellen. Und dann nur noch das Bellen belohnen. Und immer dazu sagen, bellen. Dass der Hund quasi das verbindet. Bellen. Ich habe bellen. 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 Hier bellen. Bellen. You're fine. Und ich muss sagen, heute stellt sie sich so ein bisschen an. Manchmal bellt sie dann auch wirklich direkt. Zum Beispiel, wenn wir bei Arturs Oma sind. Da fühlt sie die Tricks immer perfekt vor. Und da muss ich nur einmal sagen, bellen. Und dann bellt sie, ne? Aber manchmal ist es dann so, dass sie irgendwie am Anfang auch nur knurrt. Und ich denke, Übung macht den Meister. Je öfter wir das üben, desto besser wird. Mit den Tricks, die wir euch eben genannt haben und gezeigt haben, hat es bei Tinky funktioniert. Ich weiß nicht, ob es bei jedem Hund gleich gut funktioniert. Ich denke, jeder Hund ist da ein bisschen unterschiedlich. Ich hoffe natürlich, dass euch unser kleines Video weitergeholfen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Foto nach oben oder euer Feedback. Tinkerbell wünscht euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao!